Endlich ist es soweit. Ich werde heute in diesem Video den Gasmaskenbehälter öffnen und wir werden gemeinsam reingucken, ob da was drin versteckt wurde von den ungarischen SS Zöglingen, wo ich ja vermute, dass die den versteckt und vergraben haben, als sie sich entledigt haben, weil wir ja dort an der Stelle auch ungarische Uniformknöpfe gefunden haben und halt auch ungarische SS Zöglingsmarken zwei Stück, die dort weggeworfen wurden und deswegen liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass der Behälter auch von denselben Leuten ist. Ich möchte euch mal hier die eine Seite zeigen. Da kann man sehr schön sehen, dass der Behälter schon ganz schön durchgerostet ist. Es ist sehr dünn hier an der einen Stelle und hier kann man quasi schon die Gasmaske sehen oder irgendwas, was da drin ist. Es wird nicht leicht, den zu öffnen, ohne ihn zu beschädigen und kaputt zu machen dabei. Wir hätten Mühe geben, weil ich möchte den eigentlich von Rost befreien und noch ein paar Raffin kochen. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe ihn immer wieder gebürstet, aber ihr seht, das bröckelt schon wieder alles nur so ab. Das war mal ein Zeitpunkt, da ist der gar nicht mehr so bröselig gewesen. Da sah das besser aus, aber der rostet natürlich immer weiter. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde eine Lösung vorbereiten, die rostlösend wirkt und welche Lösung jetzt sich der Handel zeigt in einem anderen Video. Da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen in diesem Video. Ich werde aber mal ein Video darüber machen und ich werde den verkehrt rum in diese Lösung reinstellen und zwar nur bis hierhin und dass ich dann einigermaßen öffnen kann. Wenn ich das Ding jetzt komplett einlege, dann zieht die ganze Flüssigkeit überall rein und ich möchte nicht, dass der wieder nass wird. Der Behälter in drinnen und überhaupt alles, was da drin ist, soll nicht wieder nass werden. Deswegen werde ich nur bis hierhin in diese Lösung stellen und mal sehen, was passiert. Da sieht man jetzt, dass ein verkehrt rum drinnen steht in der Lösung und ich werde immer mal nachschauen, wie es sich entwickelt und dann immer mal mit der Bürste den Rost abbürsten und sauber machen, bis wir das Ding öffnen können. Wir haben jetzt hier den Gasmastenbehälter. Man sieht, dass jetzt hier auch alles jetzt weiter aufgerichtet ist, nur noch ganz leicht dran. Also das ist wirklich, das kann man eigentlich nicht erhalten. Ich werde es trotzdem weiter versuchen. Hier oben sieht man jetzt, dass ich da mit der Flüssigkeit dran war und konnte ein bisschen vom Rost entfernen. Und hier, das löst sich aber nicht. Das ist immer noch bombenfest. Und um das wirklich lose zu kriegen, müsste ich das gesamte Ding einlegen. Aber um das einzulegen, muss ich das erst leer machen, weil sonst wird ja der Inhalt mitbeschädigt durch die Flüssigkeit. Und deswegen konnte ich jetzt den Boden rausnehmen, weil der so bröselig war. Und wenn ich es schaffe, das Ding zu erhalten, dann kann ich es ja trotzdem noch hinstellen. Da ist es halt unten offen. Das ist nicht schlimm. Mal sehen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was drin ist. Sieht aus, als wäre das hier der Gasmastenfilter. Kann man sehr gut erkennen, dass das der Gasmastenfilter ist. Und man sieht auch, dass da noch originale Farbe dran ist. Ich zoome mal ein bisschen ran. Vielleicht sieht man noch ein bisschen mehr. Ja, man sieht schön viel. Jetzt versuche ich das mal rauszuholen. Es sitzt ziemlich fest. Lässt sich kaum rauslösen. Und da sieht man auch schon, was da da los ist. Das ist richtig ekelhaft. Das ist die Befestigung für den Filter. Und das ist der Filter. Und das sitzt alles richtig fest. Ich weiß nicht, wie ich das da rauskriegen soll, ohne das Behältnis zu zerstören. Das ist unmöglich. Das ist wirklich unmöglich. Ich kappe die Schaft jetzt hier, da, den Filter von der Befestigung zu trennen. Ich drücke ihn jetzt einfach so raus. Der Filter kommt raus. Also, wir haben einen originalen Filter aus dem Roten Weltkrieg, wo wahrscheinlich noch Giftgas drin ist. Natürlich nicht. Naja, zumindest kann man ihn mal ein bisschen sehen. Hier sieht man eine originale Farbe. Und, ja, schade. Den hat es aber total zerlegt. Es ist wirklich nicht mehr viel übrig davon. Den werden wir auch wegschmeißen müssen. Also, was kann man nicht aufheben. Da können ja wirklich noch Schadstoffe oder sowas drin sein. Die sind mal gefiltert worden. Und hier haben wir jetzt die Gasmaske, die ist da drin. Hier kommt uns schon was entgegengefallen. Was ist das? Das ist ein Auge. Ein Gasmaskenauge, was irgendwie völlig zerwurschtelt aussieht. Und ein Ersatzauge wahrscheinlich. Ein Stück Metall. Also, wir sehen schon, dass da wahrscheinlich nichts mehr da drin ist, außer die Gasmaske. Die einzigste Hoffnung ist noch, dass oben im Deckel in diesem kleinen Fach, was drin ist. Die kommt, die Gasmaske kommt raus. Die hat sich gelöst. Oh, cool. Hier sind Stempel drauf. Die kann man erkennen. Werde ich noch reinigen und dann im späteren Verlauf des Videos zeigen. Oder auch gleich. Die strahlt es lecker auf. Das 2 ist drauf abgebildet, hier oben. Und das war das Auge. Das war kein Ersatzauge, sondern das ist einfach rausgefault. Also, wie gesagt, die Stempel hier sind interessant. Die werde ich zeigen. Dann schauen wir mal hier rein. Da sieht man nicht viel. Da unten ist jetzt noch dieser Deckel. Das Deckelbehältnis drin. Ich will sehen, ob ich es öffnen kann. Das Behältnis sieht noch sehr gut aus von innen drin. Das ist noch relativ stabil. Das ist das schöne Ergebnis der ganzen Sache. Ich werde jetzt das Ding in die besagte Flüssigkeit legen. Und dann wird das entrostet. Dann werde ich den Deckel öffnen. Dann komme ich vielleicht an das Fach oben ran. Und hier werde ich versuchen... Boah, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. ...was rauszuschneiden. Und dann kann man sich das so hinstellen. Dann kann man eine Kerze reinmachen oder sowas. Auf jeden Fall will ich es mir nochmal hinstellen. Weil es sieht ja eigentlich ganz cool aus, wenn man die ganze Seite hinstellt. Soviel zum Öffnen des Gasmaßmelders. Ich bin leider sehr enttäuscht, dass nichts Cooles drin war. Aber so ist es normal. Aber wir werden gleich noch sehen, was im Deckel drin ist. Zwei Tage sind vergangen. Ich habe den Gasmaskenwerke jetzt in dieser Flüssigkeit gehackt und auch immer wieder gebürstet. Man sieht, dass man die Originalfarbe überall an vielen Stellen wieder sehen kann. Und dass auch an vielen Stellen das total blank ist. Dann sieht man hier diese große Stelle. Das war ja hier alle zerbrochen. Ich habe das jetzt ein bisschen rausgesägt, ausgeschnitten. Um da dann so eine Art Laterne oder sowas draus zu bauen, damit das Ding noch irgendeinen Nutzen hat. Mal sehen, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Das ist noch recht stabil alles jetzt, was hier so dran ist. Nur das hier war brüchig. Kommt natürlich immer noch an, wie der Gegenstand am Boden liegt. Und das Behältnis im Deckel hat sich jetzt hier öffnet. Ich konnte das gerade ganz leicht öffnen nach der Säurebehandlung. Und werde den jetzt öffnen. Ich habe noch nicht weiter aufgemacht. Ich habe nur mal gefühlt und gemerkt, dass es aufgeht. Und deswegen habe ich jetzt die Kamera angemacht. Ich werde die jetzt öffnen und mal schauen, was drin ist. Wie zu erwarten, sind da die Ersatzgläser drin. Und sonst nichts. Leider. Oh, da kann man noch altdeutsche Schrift sehen. Das ist schön. Da. Da ist noch diese alte Schrift. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht lesen, was da steht. Oh. Da ist tatsächlich noch richtig was drauf zu erkennen. Also hier kann ich ein bisschen was lesen. Da steht Benutzung durch. Und dann steht da GM38 vor eine und hier gut nachdrücken. Also das ist quasi eins dieser Gläser für die Gasmaske. Und da drunter ist Pappe. Vielleicht kann man so ein bisschen erkennen. Ich werde den Behälter jetzt wieder in die Säure einlegen und dann mal sehen, wie es weitergeht. Ich werde das weiter vom Rost befreien, das Teil und irgendwas draus bauen. Ich hoffe, dass ich das hier alles wieder gangbar kriege. Aber das hat sich ja schon echt viel gelöst. Ich werde weiter versuchen, das alles gangbar zu machen. Hier werde ich dann mit Öl arbeiten, wenn das alles von Rost befreit ist. Mit Ballistol werde ich überall in die Lücken machen. Und dann hoffe ich, dass ich den Deckel aufkriege. Und dann wird das irgendwie konserviert. Vielleicht lackiert das. Und dann könnte ich da eine Laterne daraus bauen. So, jetzt sind wir hier wieder im Studio. Zwei Wochen sind vergangen. Ich war krank. Ich hatte irgendwie schnupfen und husten. Und das ist jetzt aber schon wieder weg. Und jetzt kann ich euch endlich zeigen, wie es weitergegangen ist. Also, wie ihr seht, habe ich den Gasmaskenbehälter brutalst von Rost befreit. Aber ich zeige euch den gleich detailliert. Ich fange erst mal ganz schnell mit der Gasmaske an. Und zwar, das ist die Gasmaske. Man erkennt jetzt hier die Stempel. Die habe ich extra ein bisschen sauber gemacht. Da ist eine 44 zu erkennen. Und hier vorne steht FC. Und hier oben erkennt man eine Zwei. Und das ist die Gasmaske von damals, wo wir den anderen Gasmaskenbehälter im Wald geöffnet haben. Die habe ich nicht weggeworfen, wie manche Leute ja vermutet hatten. Ich hebe die Sachen eigentlich immer auf. Ich will ja damit irgendwie noch was machen. Ich wollte die eigentlich auch ganz doll putzen hier. Aber ich habe irgendwann aufgegeben. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Also die nicht. Aber die habe ich ja ordentlich hier reinigt. Ich zeige es auch noch gleich mal. Ein bisschen detaillierter. Ich wollte einfach nur mal die Zahlen oben zeigen. Hier ist eine Drei. Da ist eine Zwei. Also die haben irgendwie zusammengehört. Lagen ja auch beide im gleichen Loch. Was ich sehr interessant finde, ist auch hier. Sieht man noch original. Das originale Band. Das ist Kopfband. Das ist Stoff. Grün. Dunkelgrün. Dann haben wir hier noch irgendwo Schrift gehabt. Ich zeige es an der anderen Gasmaske. Und zwar hier oben. Da oben ist auch noch mal Schrift. Da befindet sich eine kleine Nummer. Da steht 299-10-15. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Jetzt schauen wir mal hier rein. So sieht die Gasmaske von innen aus. Immer noch ziemlich verkeimt. Und auch da sieht man einen kleinen Rest noch vom Kopfband. Also beim Reinigen hat sich dann hier das Auge gelöst. Ich habe dann oft gehört. Sonst werde ich mir vielleicht noch weiter auseinander gefallen. Ich wollte euch auf jeden Fall halt die Stempel zeigen. Und was drauf steht. Und dass das Gummi theoretischerweise noch ziemlich gut ist für das Alter. Also man könnte das jetzt mit Ballistol zum Beispiel wieder ein bisschen weicher machen. Man könnte so eine Gasmaske auch richtig gründlich reinigen mit Öl und alles. Und die dann wieder ausstellen. Aber das dauert auch zu lange. Ich habe jetzt auch keine Lust drauf. Vielleicht mache ich das eines Tages noch. So, dann war ja noch drin in dem Gasmaskenbehälter dieser Teil. Das ist irgendwie so ein Auge von der Gasmaske. Und da ist Schrift drauf. Und diese Schrift, die ist normalerweise nicht da drauf. Sondern diese Augen oder was das sind. Ich denke mal, das sind die Augen oder Teile davon. Vielleicht sind es mehrere Schichten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das aufgebaut wird. Diese Augen, diese Plastikscheiben, sind in so einer Papierverpackung drin. Ich blende die mal ein. Ich habe da Originalfotos rausgesucht. Da sieht man, wie die eingepackt sind. Und auf der Papierverpackung steht halt diese Schrift drauf. Und da könnt ihr dann auch mal sehen, was da steht anhand der Fotos. Diese Schrift ist durchgepauscht durch das Papier auf diese Plastikscheibe. Da hat sich das verewigt. So werde ich es auch lassen. Wenn man es jetzt reinigt, dann geht es ab. Ich lasse es einfach so. Kommen wir zum Gasmaskenbehälter selbst. Da war, wie ihr auch gesehen habt, beim Reinigen und Öffnen und so weiter, ja nichts drin. Leider. Aber ich wollte ihn auch nicht wegwerfen. Ich wollte irgendwas draus machen. Und ich bin noch nicht ganz fertig. Er ist jetzt erstmal entrostet. Ich werde ihn irgendwie noch konservieren. Ich wollte einfach erstmal zeigen, wie weit ich gekommen bin. Irgendwann in einem anderen Video werde ich es vielleicht mal mit einbringen und mal kurz zeigen, ob sich was verändert hat. Aber ein extra Video mache ich jetzt nicht nochmal davon. Aber ich wollte euch mal zeigen, was sich hier alles getan hat. Man kann das wieder öffnen. Man kann das komplett wieder öffnen alles. Muss man die Kameraperspektive ein bisschen verändern hier. So, ich habe mal die Kameraperspektive ein bisschen anders eingestellt. So, dass man vielleicht mal mehr sehen kann. Hier sieht man noch originale Farbe, so ein Grau. Ich zoome mal ran. Jetzt kann man es gut sehen. Da sieht man noch die originale Farbreste dran. Ein bisschen Stempel oder sowas habe ich nicht gefunden an dem Behälter. Man kann ihn auf jeden Fall wieder öffnen. Und auch die Scharniere und alles funktioniert wieder. Und hier oben ist dann dieses Fach. Und in dem Fach habe ich was drinne. Und zwar drei Fölzer. Denn, wie ihr schon gesehen habt, der Gasmaskenbehälter hat beträchtlichen Schaden genommen. Hier war es ganz brüchig in dem Bereich. Und da ist jetzt ein Riesenfenster drin. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe mir gedacht, ich stelle den einfach so hin und nutze den als so eine Art Laterne. Dann machen wir dann jetzt hier mal Licht. Und dann kann man hier nämlich mal schön eine Kerze reinstellen. Und da hat man auch ein schönes Fach für die Streichhölzer oben. Jetzt meint man das Licht aus. Das ist vielleicht noch nicht dunkel genug. Leider. Es ist noch nicht dunkel genug. Das ist doof. So, da muss ich irgendwie Fenster abdichten. So, jetzt. Jetzt sieht man gar nichts. Das ist auch schön. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie cool das aussieht eigentlich. Dann muss ich mal die Kamera abmachen. Mit der Kamera ist es wirklich schwer jetzt zu erkennen. Aber das sieht total cool aus. Weil da sind jetzt echt Millionen von Löchern entstanden. Und das leuchtet da richtig schön durch. Schade, dass man das nicht richtig sehen kann. Ja, weil Koffie könntet ein bisschen sehen. An den Wänden ist auch so ein Licht und so. Und ja, schade. Ja, das war's. So sieht der Behälter halt jetzt aus. Ich werde mal sehen, was ich damit noch mache. Wie gesagt, ich werde noch konservieren. Und irgendwie, vielleicht baue ich noch eine Scheibe dran oder so. Aber auf jeden Fall wird er einfach als Laterne dienen. In den nächsten 100 Jahren. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.